Man konnte ihn nur bewundern. Er war ein verrückter, unangepasster Typ und ein spektakulärer Handballer. Ich mochte das. Einmal im Mai 1999 begleitete ich ihn zu einer Fernsehshow. Harald Schmidt begrüßte ihn als den etwas anderen Nationalspieler, als das man es bisher gewohnt war. In der Sendung plauderte Kretsche, damals zarte 25 Jahre, über sein WG-Leben in Magdeburg, Tattoos im Vollrausch und seine eigene Kneipe. Das Studiopublikum johlte, als er seinen Oberkörper entblößte und in Schlaghose mit getigertem Saum, behängt mit dickem Klunker um Finger und Hals, Anekdoten zum Besten gab. Ich saß im Hintergrund und amüsierte mich. An jenem Abend bekam ich ein erstes Gefühl dafür, dass Handball nicht bloß Sport, sondern auch beste Unterhaltung sein konnte. Diese Erkenntnis sollte mir später noch nützlich werden. Nach den Olympischen Spielen 2000 in Sydney hörte ich als Heiners Assistent beim DHB auf und verlor Kretsche aus den Augen. Erst fünf Jahre später, ich war gerade bei den Füchsen in der zweiten Liga eingestiegen, erinnerte ich mich wieder an ihn. Stefan erlebte seine letzten Jahre als Spieler in Magdeburg und ich wollte ihn nach Berlin lotsen. Wir trafen uns im Ovest am Kurfürstendamm. Bei Pasta und Wein fühlte ich vor, ob Stefan zu uns passen könnte. Die Option Kretschmer lag auf der Hand. Im Sportforum Hohenschönhausen hatte er das Handballspielen gelernt. Beim SC Dynamo Berlin seine große Karriere gestartet. Doch noch während wir sprachen, dachte ich, um Gottes Willen, das machen wir nicht. Niemals. Es matchte nicht. Kretsche war mir zu kotterig. Er war nicht strukturiert und nicht professionell. Er war irgendwie ein Flegel, bei weitem nicht der, zu dem er Jahre später werden sollte. Kretsche sagte ich am Ende unseres Gesprächs daher, bitte sei mir nicht böse, das mit uns ist keine gute Idee. Du bist alles, nur nicht unser Mann für die Füchse. Am Tisch herrschte eisige Stille. Und das Verhältnis zwischen uns wurde lange Zeit nicht besser. Dann stiegen wir mit den Füchsen in die Bundesliga auf. Am 3. März 2009 spielten wir gegen Magdeburg. Unser erstes Ostderby in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Ausverkauftes Haus. 14.800 Fans. Zuschauerrekord. Ihr, ich, der Geschäftsführer der Füchse. Dort, Kretsche, inzwischen Sportdirektor der Platzhirschen aus Magdeburg. Für ihn und seine Magdeburger war der aufstrebende Hauptstadtclub ein Feindbild. Und was soll ich sagen, für mich und die Füchse geriet dieses Aufeinandertreffen zu einer der schwärzesten Stunden unserer Bundesliga-Geschichte. Es war schrecklich. Nicht nur, dass wir über die gesamten 60 Minuten nicht den Hauch einer Chance hatten. Nein, es war vor allem die Atmosphäre, die sich mir ins Gedächtnis brannte. 12.000 Menschen skandierten Auswärtssieg. Unsere Arena war komplett in Magdeburger Hand. Hinterher machte Kretsche sich dann auch noch lustig über uns. Er analysierte betont staatstragend das Spiel und kostete den Erfolg voll aus. Noch heute schwärmt er von diesem Abend. Er war für die Magdeburger schließlich eine riesige Genugtuung. Man hatte die Füchse in die sportlichen Schranken verwiesen. Für uns fühlte sich die Niederlage wie eine verbale und sportliche Hinrichtung an. Wie sie uns vorgeführt hatten, wurmte mich enorm. Zugleich wurde jener Abend aber auch zu einer ganz wichtigen Lektion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017